1954 war das Jahr, wo er zum ersten Mal auch in Europa zu einer Berühmtheit wurde. Leonard Bernstein war gerade auf einer Nordamerika-Tournee, als er angefragt wurde, an der Mailander Skala die kurzfristig angesetzte Medea zu dirigieren. Zuerst war er sprachlos, denn er hatte noch nie eine Oper in einem Opernhaus dirigiert. «Was ist Medea und wer ist Korubini?» fragte das 35-jährige Wunderkind, der noch nie von diesem Werk gehört hatte. Maria Callas hatte der Skala den Amerikaner ans Herz gelegt, da sie kürzlich eine Radioübertragung eines seiner Konzerte gehört hatte. Nur zehn Tage später feierten er und Maria Callas mit diesem Werk einer grössten Operntriumph der Nachkriegsjahre. Wenn Sie mehr über die unglaubliche Geschichte von Leonard Bernstein erfahren möchten, sehen Sie sich die vollständige Dokumentation an.